Das Internet ist sozialistisch. Es sollte vom Mond die Rede sein, was der mit dem Meer macht, ohne jemals gefragt zu haben. Es sollte ein Haus gebaut werden, nicht nach oben in den vierten Stock, sondern zur Seite, nach hinten, den vielen Selbstmördern zuliebe. Alle Kalender freuen sich aufs Umgeblättertwerden, alle Straßenkehrer auf die Nacht, die Stadt auf den Fluss. Es sollte einen Badeort geben, links von Saint-Tropez, wo alle ihren Hut eintauschen gegen Rosenmilch. Aber gleichreich sind wir nur im Netz.